Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Zogeltier Finanzkanal. Und heute gehe ich mal in eine kleine Zusammenfassung meiner letzten 6,5 Monate an Top Cashback Rückzahlungen. Top Cashback ist also ein Anbieter für Rückzahlungen und es gab ungefähr 6% Rückzahlungen. Wenn ihr genau wissen wollt, wie viel ich ausgegeben habe und wie viel Euros ich davon wieder rückerstattet bekommen habe, dann schaut euch das Video an bis zum Schluss und es geht auch schon los. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, bin ich hier in mein Kontenkonto bei Top Cashback gegangen. Top Cashback ist also ein Rückvergütungsanbieter, der Links anbietet, die zu bestimmten Händlern führen. Und dort könnt ihr dann online, wenn ihr bestellt, eine gewisse Rückvergütung bekommen. Dabei muss beachtet werden, dass also die Cookies, die Affiliate-Cookies hier aktiviert werden. Und wie sind jetzt meine Erfahrungen der letzten ca. 6,5 Monate? Ich habe also im August 2022 damit angefangen und kann sagen, ich habe mittlerweile gesammelt gehabt, 88,34 Euro. Und davon habe ich mir sogar auszahlen lassen, 52,62 Euro. Man kann es hier selektieren. Meine Hauptkäufe waren hier bei den Händlern Otto und Booking.com bzw. der Flexispot ist ein Anbieter für Produzent für Schreibtische. Und dort habe ich also meine größten Summen, Tätigkeiten gemacht und online bestellt. Wie viel ist denn jetzt dabei rumgekommen? Ich habe das mal in meiner Übersicht zusammengefasst. Also ihr könnt sehen, das hier ist also ein Ausschnitt meiner letzten Zahlungen und Online-Käufe. In der Summe waren das 600, nein 800, 836,27 Euro. Und ich habe mir auszahlen lassen. Ich habe also jetzt diesen ganz konkreten Netto-Betrag genommen. Der Betrag ist 52,61 Euro und das entspricht gerundet ca. 6,29%. Was also ein Unternehmen wäre, wäre es also 6% Dividendenrendite. Wir sagen das einfach jetzt mal Rückerstattung hier heute. Und ich kann sagen, es gibt aber auch Nachteile. Also Vorteil ist natürlich, der größte, beste Vorteil ist, ihr bekommt eine Rückvergütung von eurem Online-Kauf und Bezahlung, die ihr gemacht habt und erhaltet einen Geldbetrag zurück. Das ist der größte Vorteil. Schon mal abgehakt. Nachteile sind jetzt, und das ist mir selbst persönlich so die letzten 6,5 Monate so gegangen, es dauert oft sehr lange diese Rückvergütung bei auch allen Händlern. Es gibt drei Anbieter noch, die ich aktuell verwende. Insgesamt drei. Aber es dauert oft sehr lange, dass die Rückvergütung auf dem Konto erstattet wird. Weil erstmal muss die Bestellung durchgehen. Dann muss entsprechend der Händler, bei dem ihr eingekauft habt, das in einer Form bestätigen. Und dann erst wird es auf der Cashback-Plattform registriert als gültige Zahlung und auch den allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Was mir auch passiert ist, dass die Cookies zum Beispiel dann, obwohl ich sie aktiviert hatte, nicht registriert habe, dass ein Online-Kauf stattgefunden hat. Und dem muss man dann über Support und Telefonat meinetwegen nachgehen. Das war insbesondere bei Flexispot der Fall. Dort musste ich dann aktiv der Cashback-Rückvergütung hinterherlaufen. Und das ist natürlich ungut oder noch nicht ganz rund, dieses System. Teilweise wird es eben dann auch von Händlern vergessen, wie zum Beispiel Flexispot. Flexispot hat aber dann mir entsprechend nach wiederholter Erinnerung die Rückvergütung bestätigt. Und dann wurde es auch auf Top-Cashback zeitnah registriert und dann auch erstattet. Also es ist die Erfahrung von mir durchwachsen. Aber schreibt mal eure Erfahrung in die Kommentare. Und ich kann nur sagen, yeah, 6% ist eine schöne Summe, ist jetzt nicht viel. Wenn ihr noch viel mehr online einkauft, als ich das hole, die letzten Wochen und Monaten getan habe, dann könnt ihr natürlich jetzt gerne ein Cashback-Konto eröffnen. Ich packe die verschiedenen Links von meinen Anbietern. Das ist einmal Top-Cashback, einmal Shoop und GetMore, die ähnliche Bedingungen haben, in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr unten Accounts erstellen und auch selbst in den Genuss von Cashback-Rückvergütungen kommen. Also das System ist noch nicht ganz rund. Es ist zu empfehlen. Man kann durchaus ein bisschen Euros zurückbekommen von seinen Ausgaben, die man getätigt hat. Und wenn man öfters bestellt und man ist irgendwo unternehmerisch tätig, dann kann sich das auch durchaus noch in höheren Summen und Beträgen niederschlagen. Einen kleinen Überblick bekommen von meinen Einkäufen. Ich verlinke alles nochmal in der Videobeschreibung und mache einen Download für euch von der Videobeschreibung selbst. Und schaut euch das an. Und wenn ihr auch noch wissen wollt, wie man mit Aktien, wie zum Beispiel mit dem BDC-Unternehmen Mainstreet Capital, 7% Dividende erwirtschaften kann, dann schaut euch das Video unten noch an, das ich verlinkt habe. Und wenn ihr wissen wollt, wie man eine Vermögensbilanz erstellt, dann geht mal zu meinem Video unter der Videobeschreibung mit dem Excel-Download. Dann könnt ihr euch dort kostenlos die private Vermögensbilanz direkt selbst kinderleicht durchführen. Viel Erfolg dabei und ciao, ciao. Bis bald zum nächsten Video.